In den Kerker mit ihm. Ha, geht doch nichts über den Zwerg, wenn's eng wird. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu WEND, meine lieben Freunde. So, was geht bei euch ab? Es ist Sonntag, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Denkt dran, morgen ist Montag. Oh, jetzt wurde da... Oh, mhm, schön, ich wollte euch jetzt nicht die Laune versauen. Okay. Ähm, machen wir so. Oh, sub, 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 und jetzt haben wir natürlich, äh, okay, okay, es geht. Oh, wir fangen mal an. Wir haben, ich dachte, ja, haben wir auf der Hand. Ich hätte uns gerade fast direkt ausgespielt. Äh, machen wir lieber so. Hey, oh, hey, oh. Um erstmal zu gucken, was hier passiert. Stampf die Elfen in den Sand. Okay, 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 okay. Wir liegen uns erstmal ein bisschen berügeln. Wollen wir mal eins kurz? Stampf die Elfen in den Sand. Interessant. 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 Äh, wir machen jetzt mal so. 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 Mach mal nochmal. Wäre lustig. Wäre auf jeden Fall sehr lustig. Wenn er da jetzt noch eine Fünferkarte hinlegt. Oh, jetzt ist es doktor traurig. Ist jetzt aber nicht schön. Hast du nicht noch eine Fünferkarte? Okay, so, warte mal. Ops. Äh, und dann zählt man den da oben erstmal. So, hat er wieder seine 7. 6. 7 hat er 6. Okay, er macht 3, ne? Ja. Stampf die Elfen in den Sand. Oh. 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 Ich habe, wenn ich jetzt das mache, weil ich jetzt im Kopf habe, wenn ich das jetzt mache und er legt da jetzt eine Karte zwischen, dann weiß ich, okay? Ist überflüssig meine Zunge damit zu strapazieren. Linda, hol schon mal die Taschentücher. Ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst. Aaaaaah. Ich habe es gewusst, aber man. Scheiße. Ekelhaft. 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 Oh, Mann. Schon mal zertrümmerte Kniescheiben gehabt? Los, kommt. Wer will als erster? Oh. Ja, eine 7er auslöschen bringt jetzt nicht so viel, das ist sehr langweilig. Frieden lässt sich nicht in Gold aufwiegen. Na klar, läuft bei dir. Auch das ist doch sch... Okay, wir könnten hier noch, dann könnten wir, äh, um ein, ja, machen wir 5 Punkte. Ja, das bringt uns jetzt nicht gerade wirklich weiter. Los jetzt, Leute. Beeilung. Jetzt kommt die Arpen, wisst ihr? Jetzt, genau, jetzt kommt die Arpen. Ich krieg die Tür nicht zu. Ich krieg die Tür nicht zu. Ich krieg die Tür einfach nicht zu. Scheiße. Dann machen wir 8. Nochmal umdruck von 6. Nein, 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 nein. Ja, müssten wir jetzt eigentlich ausspielen, rein theoretisch. Ich krieg den Schlag auf den Kopf bei der Gelegenheit. Kann die Schlacht kaum mehr machen. Die könnten mal dazwischen liegen. Boah, wie eine Karte mit in die nächste Runde. Leute. Nee, reich könnten wir noch rein theoretisch, äh, um die 13er verbrennen. Ich kann die Schlacht kaum mehr warten. 2x13 verbrennen. Das hört sich doch schon mal ganz nett an. 26. Werden wir jetzt auch machen. Das ist nicht dein Tag. Ich hab schon für weniger getötet. Alter. Wenn ich die jetzt ausspiele, ne? Wenn ich die jetzt tatsächlich ausspiele. Er passt. Ich wette mit euch. Wir haben 6. Dann sind wir bei 72. Dann nochmal 8 oben hoch. Scheiße. Das ist genau bei 80. Oh, das ist jetzt Risiko, ne? Ich passe jetzt. Ich will nicht alle Karten hier lassen. Ich will wenigstens eine mit rübernehmen. Oh, Leute. Lasst ihn bitte passen. Sie ist übel aus. Aber du wirst überleben. Blumierte Deine. Das ist eine mit rüber. Okay. schon mal zertrümmerte kniescheiben gehabt ja so das ist nicht ein tag für den könig ich bin auf jeden fall arg traurig gerade ich weiß nicht ob das wirklich jetzt ja das schlauste von der welt war was wir da getan haben keine ahnung und zwar mit gewonnen aber trotzdem die erste runde war ich auf jeden fall da ich weiß nicht genau vielleicht mal die erste runde direkt gewinnen sollen aber dann hätten wir jetzt mehr punkte habt ihr passt hätte er eine karte mit rüber auf jeden fall eine karte im vorteil gewesen die hat dann wahrscheinlich ja schwierig was sagt ihr dann wartet jetzt so wie wir das gemacht haben und erwartet er das ist immer lieber in der ersten runde komplett auf sieg spielen sollen weil wir auf jeden fall jetzt ein bisschen auch sehr riskant hat jetzt gemacht haben ich war mir auch sehr unsicher ich konnte auch gar nicht hingucken ich konnte ich nicht hingucken wo er denn die karte so rausgeholt hat wusste ich okay jetzt haben wir das ding auf jeden fall verloren schön oh ja zweite runde gegen monster ich habe es doch ja ahnt ich habe es ja ahnt immer immer zur zweiten zweiten runde spielen wir gegen die monster okay wir haben zwei goldies und mal hatten wir nie okay 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 pass auf dann wenn wir den austauschen den auf jeden fall austauschen erstmal und die werden wir mitnehmen warte mal wir werden auf jeden fall den mitnehmen wir haben keinen jaben wir haben keinen dennis wir haben okay ich nehme kein blatt vor den monster aus prinzipien okay so ich muss jetzt kann man es gut sein willst du meine axt zu spüren bekommen ja ja ich mag dich auch wir müssen zusammen bleiben ich hätte mir schon ja nicht das hier die der schnittlos hier noch mal fast jetzt machen wir so ganz elegant pass auf pass auf pass auf pass auf pass auf pass auf wir mal so halt durch mein lieber mal so und immer so okay das ist nicht so schlimm was freunde ich habe keine ahnung wie wir jetzt hier weiter spielen sollen nicht wirklich wir machen es einfach scheiße wir machen es mal so verschiebe rino eh schlau wäre wenn wir den 10er hoch holen dann können wir vielleicht irgendwann hagel darüber legen weil er wird auf jeden fall viel im kampfebild spielen wir müssen es eventuell bleiben wir versuchen es einfach mal guck mal was passiert wie heißt denn der verschiebe rino eigentlich hier ach so zwergenseller okay oh alter den auf kekse du will hoher el alter komm schon unglaublich oder hat keinen sinn das hat keinen sinn krass deswegen hat sich monster die spielen auf jeden fall viel auf damage viel auf damage ich mag damage nicht ja klasse hatten wir schon hatten wir noch nicht wir hatten noch keine goldies ausgespielt okay dann haben wir noch inzwischen am start ach komm schon ja ich habe echt lust zu spielen und hat ja keinen sinn hat eine erste runde da haben wir ja neun er hatte 40 na klar doch ach man da müssen wir jetzt so machen alles in ordnung andere wäre einfach zu hoch und jetzt können wir natürlich auch super garten kriegen ich habe es so gewusst ich wusste dass du jetzt was ich wusste dass wir genau den zwergenseller kriegen ich habe ich habe es ja an sonst kriegen wir immer irgendeinen kraft meistens ok ok das ist natürlich gut dann werden wir jetzt zack helfen geschwätzt wir hatten die zusammenlegen sollen damit kann er ja nichts anfangen oder oder kann er die rauskicken gewisse taten wir schon mal aber ich habe es mir nicht eingeprägt ich weiß wir hatten das schon mal wir hatten genau die gleiche situation schon mal da wo er schuldig bitte aber das ist ja echt hier gerade das ist ja boah geht doch nicht wirklich könnten ja ab und dennis 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 lohnt auch nicht wir haben kaum zwerge draußen also zack her mit dem los jetzt leute beeilung schon mal zertrümmerte kniescheiben gehabt ich habe welche letzten worte generiere eine wilde jagdbronzer einheit ok ja könnte lustig ich habe die viel eher wenig über 25 aber ich habe sache die gefühlt woher kommt diese die fühle ich weiß es nicht hm ja das ist natürlich äh na prächtig doof warte mal dann hauen wir ähm 5 schaden machen wir den raus in so Fall zack also nicht wundern bis jetzt konnte ich gar nicht auf die kommentare eingehen ne ich bin noch auch noch das ist ja schon so ich weiß ja ich habe jetzt die runde schon gesagt ich weiß es nicht wir müssen zusammen bleiben boah warte mal wieso ok warte mal wo hat er jetzt am meisten er hat oben 13 ja na wo soll man sonst denn liegen ja hilft ja nicht ok ok jetzt wird er wahrscheinlich ist ich habe es doch hier wusste ok Letzter Zug. Okay, nicht so schlimm. Wir schaffen es. Wie eben. Wie eben. Puh. Sehr, sehr gut. Okay, aber trotz aller, dass die Hunde nicht so der Burner war, haben wir doch geschafft. Sehr geil. Okay. Okay, okay. Sehr, sehr schön. Das gibt es. 53 nochmal oben drauf. So, meine lieben Freunde. Das war es schon wieder. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Gwinn. Bis dahin. Ciao mit V.